Das zu veräußernde Mehrfamilienhaus steht im Forst. Das im Jahr 1974 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über zwei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 846 Quadratmetern weist die Immobilie eine Wohnfläche von ca. 327 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 299.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.